was ist das was in diesem Spiel das in der Bar das der Weichtstuhl oder die Lenden ich finde die Bauern ziemlich schillig und sie sind mit dem Gittergeräte da bin ich bist du da drinnen ich lege auf was machst du? ich geh da von Simmonen echt? weissens lass ich so klingeln also wenn ich wirklich nicht ran gehen würde dann lass ich wegklingeln das schon aber bei den beiden Ausgaben würde ich dran gehen wegdrücken tue ich nicht ich drückst weg ich kann nicht wegdrücke ich kann es nur ausklingeln lassen kannst nicht wegducken kannst du wegducken ich werde auch nicht so oft angerufen und ich glaube ich werde wegducken ich drehe das Ich wundere, wenn es jemand ist, wenn ich gerade eh schon so doll genervt bin. Ich bin so eine fiese Person! Hast du dich von mir getäuscht, oder? Das Spiel hier zerstört Beziehungen, ich sehe es schon kommen. Wenn du mich wegdrückst, dann magst du mich also nicht! Ich rufe dich jetzt immer an und gucke dann, wie du reagierst. Ich lasse es ausklingeln und behaupte... Oh, das habe ich nicht gehört, das Thema. Ja, das habe ich nicht gehört, genau. Ich werde zumindest heiligstehter schon kommen. Oh, nicht mal! Ah, doch. Yes! Frauen, ne, das ist so schlimm. Ich bin also eindeutig eine Frau, auch wenn man es gerade in diesem Bulli nicht erkennt. Ey, beim nächsten habe ich jetzt schon Schiss, weil es so viele Etagen sind. Fünf Etagen! Und mit Verschiegelten, okay. Super! Soll ich draufstehen, weiß ich wie es explodiert, oder wie? Am besten... Ah, ich erkenne es schon. Erkennst du es auch? Ich will einfach nochmal drauf springen, um zu gucken, was passiert. Oh, das ist ja so einfach gerade. Ich will mal das Weg noch schnell. So, und jetzt? Das bericht gerade äußert, wenn wir die jetzt zusammen berufen. Echt? Ich muss mich verarschen. Das ist dein Problem jetzt, ne? Oh, das ging jetzt schnell. Ach du Scheiße! Eine ganze Reihe runter schützen. Einen stehen lassen? Ne, wir müssen nicht. Ich muss jetzt um einen stützen können. Der muss noch runter. Kommt der. Ja, jetzt weiter halt alle nachrücken. Du musst halt immer noch schnell sein. Jetzt siehst du den mal ganz fett. Oder so. Oh, ho, 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 ho. Einfach komplett, einfach weiter schützen. Weiter schützen, weiter schützen. Immer weiter schützen. Das war's wieder. Hallo, wieder hoch. Immer weiter schützen. Komm nach und nach alle runter. Und jetzt? Da rechts noch. Und dann muss das ganze Ding auch runter kommen. Hat mir nichts gebracht. Hast du gerade nachgerückt? Was? Ne? Hat mir nichts gebracht. Okay, dann... ...fällig war das. Dann ist es so ein bisschen. Mann, so viel Standortreise. Mh... Mh... Oh, ist er ernst? Mach mal weiter. Du kommst dann rüber mit Fledern. Nein. Warte doch. Nein, komm ich nicht. Wie komm ich... Zieh da einfach mal weiter. Ich komm da nicht rüber. Ich kann mich nicht einfach an den Block dranhängen. Das ist richtig, aber du bist ja... Guck mal, wie viel hier noch kommt. Ach, da kommen noch... ...drei. Du bist ja ein Droddel, ey. Ne? Hallo. Ich sag's dir noch. Ich kann mich nicht rüber schieben. Dann hab ich mir das ganze Ding verbaut. Zieh das ganze Ding zurück. Ja, ich komm da trotzdem nicht weiter. Wie du siehst. Den noch in der zweiten. Hä? Den auf der zweiten Reihe, genau. Den ziehst du jetzt raus. Zieh den zurück. Ich? Ne, jetzt nimmst du den. Und zieh ihn raus. Ich kipps alles um. Genau. Weiter. Ah. Ich kipps alles um. Genau. Das geht nicht. Nächste, was? Nächste, was? Klappt nicht. Das ganze Ding ist verbaut. Dann rutsch die beiden unteren Teilen noch weg und lass die ganze Etage runterrutschen. Genau. So. Jetzt komm ich da nicht mehr hoch. Sie sein den unteren raus. Den links einfach rausziehen. Den links einfach rausziehen. Man muss so. Alter, ich bin des Arsch. Ne, was hier noch passiert ist. Ach, ich bin verarschig. Man kann auf den links rausschubsten. Ne, geht nicht. Hau ich ja nicht hoch. Hau ich trotzdem hoch. Noch ein Rausschuss. Geht nicht. Dann komm ich ja nicht hoch. So. Und jetzt? Wie soll ich denn dann wieder hochkommen? Äh, okay. Ja. Ach. Ah, jetzt hatte ich die Steuerung, ne? Oh, scheiße, das ist ein Loch. Hau ich doch hoch. Ich will, dass er sich so dranhängelt. Macht aber nur, wenn er mal lustig ist. Ah, ich hab ne Idee. Ja, Frau, bitte. Ich will das. Alle leiden, ich hab auch bei der Hälfte von dem Kack-Turm. Warum ist er so langsam zusammen? Euer Ernst? Das Ding ist nicht euer Ernst, oder? Lief 1, 2, 3, 4. Halt eng. Das ist ein Wartzel, ne? Ja. Wenn wir die Trophäe haben, jetzt brauchst du nur Dinger rausschubsen. Ohne. Einfach nur immer wegschubsen, wegschubsen, wegschubsen. Ich hab auch nicht zu verzeiht, das ist nicht möglich. Und dann wird das nicht alles zusammen. Und... Oh nein. Ich kann entrogerieren. Das ist eine Glocke. Oh, das ist eine Glocke. Was bringt die noch Glocke? Glocke, Oma. Dann steht doch da. Ach so. Oh mein, wenn ich mich verarche... Oh, das ist mir doch nicht so schwer. Ja, und jetzt? Oh, das macht ja alles so gut. War ein Fehler, ne? Oh, das geht doch nicht. Alter, die Türen werden doch immer länger, oder? Oh, ich bin oben. Eindeutig oben. Noch ein Schickpunkt? Nein! Scheiße, traurig. Das war wahrscheinlich auch noch. Oh mein, ich hab mich als geschafft. Oh, nein! afterwards mit auf hab ich mich stronido. Lernst die Türen. Oh, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Bleib oben. Geh da rein. Geh da rein. Ich muss erstmal hier hoch. Ja, nein. Geh da rein. Und schubst du das Ding zweimal nach links. Noch einmal. Ach, dann lauf doch! Noch einmal nach links. Warum denn? Dann komme ich nicht hoch. Doch, doch wärst du. Nein, wäre ich nicht. Die drei wären runtergefallen? Dann hättest du draufgekommen. Dann sag vielleicht mal vorher, was du vorst. Wie komme ich denn nur fast die da an? Jedes Mal. Ist das hier schön hoch? Wirklich sein muss. Nein, da. Ja, genau. Hier ist... Ah, wo? Jetzt schiebst du das Ding einfach zweimal nach links. Noch einmal. Noch einmal. Und jetzt... Dann... Wenn das Ding... Oh Gott, das Ding geht runter! Du Arsch! Du Arsch! Das kann ich ja nicht an! Natürlich kommen wir sich gut durch. Jetzt gehen wir nach rechts hoch und links. Nach rechts? Nein. Geht nicht nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Hoch? Geht es doch nicht hin? Ja genau. Warum fällt das Ding nicht runter? Weil es da rechts hin bleibt! Das ist doof. Das ist das Spiel nicht verstanden! Dankeschön. Cool, dass du so viel Ahnung hast. Geht nicht auf, wenn es da halt geht. Und das ist auch nicht weg. Das ist eine, die wir davon bekommen. Ja Häublein ist. fussteig ist es! Nein, da. Genau, das rausgesessen. Was? Alles. So, dass du hier vor der Bombe fährst. Oh, doch nicht. Wie wird er runtergehen? Ich bin auch nicht drauf, oder? Nein. Du denkst genau. Ja, das hat noch mal geklappt. Ohne Glöcke. Ende war voll unnötig. Wie lange man da vorstellt. Ja, ich muss noch erst mal auf die Ritz hat. Gut. Ja.